Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel NoMoHeroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Jo, jetzt müssen wir hier ein bisschen uns mit Viechern kloppen. Da ist eine Stadion zum kaputt schlagen. Direkt rein prügeln. Und einen Baum zum Mitnehmen. Wir nähern uns ziemlich, äh, so langsam dem Ende vom Spiel, ne? Muss man mal so nebenbei mal reden. Also wir sind ja jetzt nur noch so 3G-Boss-Gegner, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe mal den Typen, der auf mich angehetzt wurde, mit, weil kann ja sein, dass er mich doch noch bekämpfen muss. Der eine Boss, der wurde ja irgendwie umgebracht von Fu. Wird mir der Boss vom Boss geklaut. Also, in letzter Zeit wird mir jemand der Boss-Gegner geklaut. Ich will die auch mal selbst bekämpfen, Leute. Nebenbei, wenn wir den letzten Bosskampf, also den mit Fu, freigespielt haben, werde ich vorher noch die Sammeltour machen. Und das wird dann wahrscheinlich eine längere Folge, weil ich dann direkt alle Orte zusammen packe. Dort werde ich dann den Avatar vorübergehend ausmachen und das dann einfach so mit 3-Fahrer Geschwindigkeit mit irgendeiner Musik drunter laufen lassen. Damit ihr wisst, wie ihr euch das jetzt vorstellen könnt, wie die Sammeltour ablaufen wird. Und dann geht es dann auch hauptsächlich darum, ich sammle eben kurz einmal alles ab und fertig. Das Merkwürdige ist, ich habe das fünfte Sammelobjekt noch nicht freigeschaltet. Äh, das sechste meine ich. Okay. Erstmal den da. Die dürfen nicht lange leben, sonst können sie einen auf den Keks geben. Dasselbe geht natürlich für die Fernkämpfer. Danke, da ich nicht greifen darf. Und tschüss. Und tschüss. Danke für die grüne Rüstung. Rapschen, weg. Oh, ich darf greifen wie ein Verrückter. Jetzt, lass mich doch auch mal greifen. Sind doch einmal 20 Kugeln in meiner Fresse. Und explodieren alle gleichzeitig. Es ist übrigens schön, dass diese Rüstungen sich gegenseitig ersetzen. Wieso wurde der jetzt nicht umgebracht? Jetzt verreckt doch endlich. Wie oft willst du noch einen Finisher abbekommen? Ich nehme dich runter. Screwcrusher, Death King! Aua ab. Ich wollte, dass du langsam stirbst. Ich habe das jetzt wahrscheinlich rausgekattet. Aber ich bin zweimal an dem Typen mit dem Shooter hier gestorben. Einfach, weil der mir alle Schüsse gleichzeitig ins Gesicht geballert hat. Beziehungsweise, ich habe so ein Hauptteil davon rausgeschnitten. Ich finde das einfach mega nervig, wenn du Attacken abbekommst, denen du nicht ausweichen kannst. Also, du keine Möglichkeit bekommst. Weil der eine dich stunt und auf einmal hast du von dem anderen 50 Schüsse in der Fresse. Hier könnte auch irgendwo in der Pampa noch eine Katze sitzen, ne? Weil mir fehlen noch ein paar Katzen. So, auf jeden Fall hier wieder ein Kampf. Und was habe ich jetzt? Ach, die gehen ja noch. So, zwei wegkicken und den dritten bekämpfen. Weißt du was? Ich nutze die jetzt. Weil so lange hält die ja nicht. Tiger! Ich mache jetzt als erstes Belly. Und tschüss. Ich habe meinen Angriff übrigens vor der Folge noch einmal erhöht. So, du hau ab. Ich wollte nicht so weit wie möglich weghaben. Ich weiß, dass die jetzt in Kürze hoch geht. Dagegen kann ich aber nichts machen, wenn die einmal mit dran klebt. Ich habe meine Angriff also bei der Kürze hoch. ich mache ihn so weit wie möglich weghaben. Ich habe meinen Angriff, ich mache dich nicht so weit wie möglich weghaben. Ich mache meine Angriffssorfit. Ich habe meine Angriff! So, dich zerwebele ich jetzt in Einzelteile. Tschüss. Ich wahrscheinlich wieder 9000 dafür. Ich bekam 6500 dafür. Haben wir dadurch eigentlich trotzdem eine ordentliche Stammelgeld. Also, wenn ich jetzt weiter so viel Geld kriege, dann habe ich den nächsten Rangkampf eigentlich recht schnell. Ich kann hier außen entlang. Hier lief bestimmt noch was. Einmal kurz darauf achten. Kann ich hier nicht drüber? Nö. Okay, wir sehen uns beim nächsten Etwas. Ich habe gesagt, wir sehen uns beim nächsten Etwas. Und das tun wir. Und zwar einer Statue offenbar. Die ich auf dem Weg getroffen habe. Ich glaube, der Pfandedom ist eine der wenigen Sachen, die ich nicht machen muss. Äh, während des... Während der Sammeltour. Außer hier wegen dem letzten Objekt. Was in der Sammelliste da ist. Kommen wir einmal ganz am Ende. Ja, wusste ich's doch. Hier waren noch zwei Bäumchen. Ich werde allein deswegen schon die Sammeltour machen, wegen dem WSN, die ich durch die Bäume kriege. Aber hey, Leute. Wir kriegen das Projekt hier auch so langsam fertig. Das hier habe ich wahrscheinlich sogar schnell für die What's End Club. Wo ich ja schon fertig bin mit aufnehmen. Und noch zigtausend Folgen auf dem PC ab. So, wer erwartet dich jetzt? Haut ab. Wart mal, wir machen das mal ganz schlau. Wo hat er sich hingeportet? Ich habe die volle Rüstung. Ich nutze sie jetzt. Könnt mir alle mal. Zack. Tschüss. Hau ab. Und ich kriege dafür direkt die grüne Rüstung. Ich werde belohnt. Hau ab. Ich habe den Mustang-Modus ausweichen mal geschafft. Den einen habe ich auch immer tot geworfen. Es ging ja nicht mal eine Minute. Das will es auf jeden Fall S sein, oder nicht? War sogar Doppel-S. So. Und den letzten Kampf müsste ich so oder so machen. Ich muss danach eh nochmal einen weiteren Kampf machen, weil... Oder eine freiwillige Sache hier. Weil ich nicht genügend Geld habe. Selbst wenn ich jetzt 9000 bekomme. Bevor ich kriege alle höchstens 8, 5. So. Nächster Kampf. Let's go. Oh. Auf engstem Raum auch noch. Grüne Rüstung aktiv. Tief. Einer weg. Easy. Okay, es könnte doch reichen vom Geld. Ich zeige diesmal auch, wie viel ich kriege. Ja, es könnte reichen. Vor allem, wenn ich den letzten Kampf mache, den ich eh machen muss. Weil das war kein Roter. Ich brauche einen Roten. Und dann, let's go. Oh. Ich habe dich gesehen. Keine Sorge. Dich sammle ich ein. Bitte dreh dich nicht um. Hab dich. Hab hier noch einen Skorpion gefunden. Unglaublich. Ich dachte, ich hätte hier alle eingesammelt. Sogar mit hier irgendwas. Da ist ein Stein zum Zerschlagen. Den mache ich kaputt. Und ein Baum direkt daneben. Wenn es nur die Bäume sind, grase ich die auf Screen ab. Hallo? Ne, doch. Der ist rot. Wollt schon sagen. Hallo? Und wieder kein Riesenkampf. Und next battle. Ich weiß, man sollte nicht immer erst um die Fernkämpfer kümmern. Aber hier sind die Ads schlimmer. Wenn ich die am Leben lasse. Ich möchte ihn eigentlich gleich werfen können. Danke. Genau das braucht ich. Weil wenn man sie werfen kann, dann wird man aufgeladen. So, du bist alleine, ne? Und ich hatte dich in die Ecke geprücket. Bist du erledigt? Einmal werfen. Einmal werfen. Treten. Durch sein Ei prügeln. Und da kam einer von der Seite. Den ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Tschüss. Weg ist der Kopf. War nur 6,5. Aber ich müsste trotzdem mehr als genügend Geld haben. Mal gucken, wie viel habe ich? Eigentlich genügend, ne? Ja, 50.000 will der. Beim nächsten Mal 55.000. Ich habe 57.000. Ja, Leute. Wir machen hier jetzt Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.